hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zu einer neuen folge der bei der hat und mein gott wie ich das nicht kriege diese all diese berührung auseinanderzuhalten im ernein der letzten folge habe ich den clown gespielt bald nicht ganz so nice hier mit dem mit dem mit dem typen hier mal gucken wir mal ich habe mich jetzt mal entschieden dass wie dass ich jetzt mal hier älteste spiele unsere miss piki machen wir mal zwei runden wieder das schwein warte auf vier weitere opfer opfer kevin justin big fat death man luk komm luke sei bereit erforscht deine gefühle an der fand das war das war ein anderes spiel das war ein anderes spiel mal gucken ob die folge jetzt mal besser wird als jetzt in beiden runden ja ich mache jetzt heute so eine ich mache jetzt heute so eine kleine aufnahme session hier naja jetzt mache ich ein paar killer runden gucken jetzt so ein paar killer runden und dann werde ich noch mal ein paar survivor runden aufnehmen ich werde es dann dass der stream indem ich das dann ankündigen werde wird dann schon wird wird dann schon gelaufen sein aber meine aber zeiten aber mal so während du jetzt diese folge guckst bin ich wahrscheinlich jetzt gerade arbeiten und verdiene gerade ja mein geld mein hart verdientes geld nein ich mache es nicht mit youtube so in die hocke und wieder diese code win farm ne das wäre wieder was für crow der mag doch die farm also crow wenn du das video guckst ne das wird deine folge naja die letzte dürfte auch deine folge gewesen sein da war ich ja schon mit dem klauen auch hier und es ist wieder diese zeppelin map also boah und du kannst dich hier so schlecht anpirschen weil du die leute nicht siehst auch klar jetzt Bleib mal liegen. 1, 2, 3. 4. Ich brauch nur einen Haken, aber sonst kann ich das ja wegen der Blutpunkte, weil die Blutpunkte werde ich hier auf jeden Fall brauchen. Ich weiß, dass ich das ja wegen der Blutpunkte werde. Ich weiß, dass ich das ja wegen der Blutpunkte werde. Oh, ja, ich weiß. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hätte vielleicht mit ihr andere Sachen mal machen sollen also ja Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Leute, das beeindruckt mich nicht. Das war's für heute. 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 So, jetzt kann er die Luke natürlich nehmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das muss wehtun, wa? Ja, mit dem Schwein geht's natürlich mal ein bisschen besser. Ist ganz klar. Das war's für heute. 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 Aqui. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! 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 Hehehehehehehe! Der Trick klappt immer wieder! einmal hier geblieben natürlich einmal hier geblieben so ich Was ist das? Ah! 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 Das war's für heute. Was ist das? Ah, ah! Ah, 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 Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! schade 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 wir haben die folge auch nicht wirklich jetzt voll bekommen das war auch jetzt nicht gerade also bei den killern ist das echt schwierig zu ernten aber ich denke mal wir haben auch jetzt einiges an ja ich habe jetzt einiges an dem punkt damit so dann würde ich sagen beende ich jetzt diese kinder folge und sage in dem sinne vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge